Die Schweinar ist ein gut zwölf Kilometer langer, rechter Nebenfluss der Wehrer im Südwesten des Thüringer Waldes. Ein linker Nebenbach der Schweinar lässt im Luisental den Luisentaler Wasserfall entstehen. Verlauf Die Schweinar entspringt in zwei Quellbächen, die die 717 Meter hohe Birkenheide unmittelbar südwestlich des Rennsteigs von Nordwesten und Südosten flankieren. Die Quelle des nordwestlichen, nominellen Quellbaches liegt am Sattel der Birkenheide zum unmittelbar am Rennsteig gelegenen 646 Meter hohen Hölkopf auf der Gemarkung Rullers, jedoch erreicht der Bach alsbald das Gemeindegebiet Schweiners. Wo der linke Quellbach Goldborn zu fließt, die Schweinar fließt weiter in südliche Richtung durch den Schweinärgrund. An der Nahtstelle zum Bund Sandsteinvorland mündet der wichtigste rechte Zufluss Silbergrund. Dessen Quelle am Südhang des 649 Meter hohen Kissel in Nähe zum gleichnamigen Forsthaus liegt. Der Bach erreicht schließlich den Kernort Schweiners. In dessen Norden und immer noch an der Nahtstelle der vom Luisentaler Wasserfall kommende Luisenbach von links mündet. Ihm folgt der noch immer gewerblich genutzte Höhlenbach einst die Energiequelle der Hüttenwerke und Mühlen im Ort dient er heute einem Fischzüchter. Nach dem Passieren des Ortsteils Marienthal verlässt der Fluss die Gemeinde und mündet bei Beichfeld von rechts in die Wehrer. Name Der Gewässername geht nach örtlicher Überlieferung auf eine Sulstelle von Wildschweinen zurück. Der Ortsname Schweiner hat den gleichen Bezug. Wirtschaftshistorie Der Bachlauf wurde oberhalb der Ortslage Schweiner bis Anfang der 1990er Jahre für die Trinkwasserversorgung und ab der Ortslage Schweiner seitdem Mittelalter intensiv als Mühlwasser. Später als Antriebsquelle für Fabriken genutzt. In Marienthal bestand eine Papiermühle. Bis heute wird eine Wasserkraftanlage in Beichfeld von der Schweiner angetrieben. Impressionen Punkt 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 Sonstiges Der Bach wird seit Jahren im Rahmen eines Umweltmanetering intensiv erforscht. Punkt 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 Untertitelung des ZDF, 2020